Boah! Ein Brief! Schatten-Essenz? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so genau, was das ist. Aber wenn es mir einfällt bzw. wenn ich es habe... Ich guck mal in die Kisten, ob da irgendwas ist. Aber vermutlich habe ich das noch nicht. Sieht nicht so aus. Naja, irgendwann, irgendwann kommt der Tag. Naja. Naja. Ein neues Entenküken ist geschlüpft, na endlich. Und du hast Brokurt. Wie Joghurt. So, und jetzt werde ich noch ein weiteres... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch ein weiteres Schattenhuhn mir holen. Dann äh... 2 davon ist besser als 1. So, rein da. Du bist noch immer ein Baby. Du Baby. Du sollst die Kuh melken. Gut. Ich hab so viele Eier. Ich hab so viele Eier. Ich hab so viele Eier. So, okay Ach, guck mal Ach, guck mal So, guck mal Go, guck mal So, guck mal So, guck mal Machen wir mal noch ein bisschen Holz klein. So. Jetzt könnte ich ja eigentlich hier noch so ein paar Steine zerlegen, jetzt wo ich das meiste Holz da schon weggeholt habe. Yay! Na, aber so stört es auf mich Katze, ich komme voran. Genau, jetzt haben wir... Nein, ich will die nicht essen. Ich kann die da anscheinend wirklich nicht reinmachen. Schade. Na, vielleicht kann ich ja wenigstens Wein daraus machen. Wir werden sehen. So, das Gelee schon mal da in die Kiste packen. Du wechselst hier nicht. Du auch nicht. Wechseln wir uns hier noch das bisschen Hals. Ich habe übrigens letztens eine ganz lustige Idee entwickelt. Und zwar als ich das hier sah. Vielleicht ist damit der Teich auf meiner Farm gemeint, weil ich ja schließlich das Ding auch hier auf der Farm fand, dass ich mich quasi unter den Teich stelle, so mittig oder so, und dann so ein Feld nach rechts, ein Feld nach unten, ein Feld nach rechts, eins nach oben, eins nach rechts und so weiter gehe. Und dann am Ende vielleicht einen Schatz finde. Ich da einfach nur mit der Hacke so hin hacken muss und dann finde ich da was. Eventuell, vielleicht bedeutet es das. Das war nur so ein Gedanke, den ich im Kopf hatte. So. Okay. Okay. Ja gut, ähm. Ich habe im Grunde alles gemacht, was ich jetzt machen wollte. Das heißt, ich ähm. Na, wobei ich, oder? Ne, ich gehe jetzt einfach pennen. Ich beende den Tag jetzt einfach. Ich gucke vorher noch in die Glotze. Ne, da war ich schon. Ah, jetzt habe ich da drauf geklickt. Morgen wird es schneien. Ich gehe jetzt einfach pennen. Und da würde ich sagen, da haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Und wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann schaltet die in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt morgen. Tschüss.